Die Bommies entwirft ein Gebäude mit wehrhaftem Charakter. Die vier fluchtgleichen Ecktürme bereichern die Idee des Ortes staatlicher und fürstlicher Gerechtigkeit. Es ist die Epoche des Staatstheorien mit der Wiederentdeckung des heliozentrischen Weltbildes, ist die Erde nicht länger Zentrum des Kosmos. Bürger und reiche Händler greifen in die Weltpolitik ein. Mars und Minerva. Mars steht für Krieg, Minerva für Weisheit. Durch Tapferkeit und kluge Strategie im Kampf, durch Kunst und Wissenschaft in Frieden. An der Nordseite befindet sich der Eingang zur Schlosskirche. Um das Schloss wird ein Graben gezogen. Das imaginäre Wasser trennt das Schloss von der restlichen Welt. Der Bau mit Fassaden, die in alle vier Windrichtungen zeigen, besitzt 365 Fenster an der Außenfassade. Die vier Windrichtungen symbolisieren die vier Jahreszeiten, 365 Fenster, die Tage des Jahres. Die Parkmauer hatte ursprünglich zwölf Tore, sieben davon in Richtung Stadt.